Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Soll das heißen, ja ihr Leut, mit dem Paul ist Schluss für euch. Paulchen, Paulchen, macht doch weiter, ja das Männchen auf die Leiter. Seh und Winsle und Stehwände, reife Scherze ohne Ende. Du machst ja manchmal schlimme Sachen, über die wir trotzdem lachen. Wenn du bist, wir kennen dich, doch nur Fahr und Hinselstrich. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Stimmt es, dass es sein muss? Ist für heute wirklich Schluss? Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.